Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Es ist doch interessant, dass in den USA auch vieles nicht mehr richtig läuft. Und mittlerweile kann ich auch nicht mehr klar, uneingeschränkt sagen, die USA, das ist das Ziel, das ist die Lösung für eine Auswanderung. Klar, da mag vieles besser sein, aber einige Probleme haben die USA auch. Und sowas spiegelt sich ja dann in kleineren Nachrichten auch wieder, wie das Leben dort einfach ist. Und so sind wir jetzt hier zum Beispiel im Bundesstaat Massachusetts und dort ist nämlich eine Schule und dort ist ein Server-Defekt. So weit, so gut. Die Folge daraus ist, dass der Server da ein Problem hat, dass die Schule seit 1,5 Jahren, also wirklich seit anderthalb Jahren, das Licht nicht mehr ausschalten kann. Ihr habt richtig gehört. Man kann da wirklich nicht mehr den Lichtschalter bedienen oder sonst was, weil das Ganze auf die smarte Technologie umgeändert wurde. Und ihr kennt das hier von mir zum Beispiel. Ich kann das jetzt über Audio steuern oder aber ich gehe hier hin, drücke hier auf die Taste, zack, da habe ich das mit verbunden. Das ist nicht der Lichtschalter hier in der Wand. So gut, so schön, wenn es denn funktioniert. Und ja, sowas ist oftmals zum Haare raufen. In diesem Ausmaß hier ist das richtig zum Haare raufen und finanziell natürlich ein großes Problem. Denn hier geht man von oder hat man in der Schule in dieser Highschool rund 7000 Lampen installiert. Und der für Finanzen zuständige Schulvertreter Aaron Osborne sagt nämlich dazu, dass man hier Steuergeld am Verbrennen wäre. Und seinen Angaben nach sind das mehrere tausend Dollar pro Monat. Sie bemühen sich nach einer Lösung. Das klingt so irgendwie wie Deutschland. So nach dem Motto, ja, wir kriegen es jetzt nicht anders hin. Nur nebenbei gesagt, ich glaube, in Deutschland würde die Situation gänzlich anders aussehen. In Deutschland wäre es so, man würde das Licht nicht einschalten können, weil wir keinen Strom haben. Aber nein, das ist ja Unsinn. Wir haben ja gar kein Stromproblem in Deutschland. Das wissen wir ja mindestens seit letztem Sommer, als unser geliebter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck das uns weiß gemacht hat. Aber jetzt noch mal ernsthaft hier bei der Sache. Die gesamte Beleuchtung zu ersetzen würde oder hätte 1,2 Millionen Dollar gekostet. Das Problem ist nämlich hier noch ein bisschen tiefgründiger. Die sogenannte oder das System für die sogenannte grüne Beleuchtung. Merkt ihr, Leute? Es sind zahlreiche Parallelen zum Irrenhaus Deutschland, auch in den USA zu sehen, wie da vorgegangen ist. Und das Ganze wurde 2012 installiert und so weiter. Das Licht soll sich je nach Tageszeit und Lichtverhältnissen anpassen. Funktioniert halt einfach nicht mehr, denn seit Sommer 2021 ist das System in so einem genannten Default-Zustand und das heißt, alle Lichter sind einfach permanent an. Man hat keine Möglichkeit mehr, dieses System irgendwie zu fixen oder sonst was und man versucht jetzt irgendwie noch eine Lösung dafür zu finden. Das ist ein größeres Hardware- und Softwareproblem, wo aber ein externer Softwareberater hier nämlich herausgefunden hat, dass ein Systempatch nicht hilfreich wäre. Auch zahlreiche Schalter oder ähnliches hier zu ändern und so weiter wäre wohl angeblich nicht möglich. Ob das alles stimmt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen von dieser Stelle, aber in diesem Artikel ist es hier so aufgeführt und es zeigt auch einfach, wie irrational vorgegangen wird, dass man sich von solchen technischen Systemen in eine komplette Abhängigkeit begibt und was Folgen daraus sein können, sehen wir hier. Schreibt eure Meinungen rein. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.